Heute geht es um die Dacor Microsoft Edition und zwar die Neuerung 2.0.1, welches jetzt im Januar, welches released wurde und die Neuerung werde ich Ihnen heute hier zeigen. Als ersten wichtigen Punkt als Neuerung für das Update ist eben das Implementieren des Update-Prozesses an sich. Wir hatten ja das Produkt letztes Jahr im Sommer, im Juli released und dieses Mal, also jetzt mit dem Update an sich im Januar, ist also so, dass wir also auch den Prozess des Updates also hier auch nun implementiert haben. Und zwar läuft das Ganze so ab, dass Sie also über unsere Internetseite www.dacor.de können Sie über Editions oder Infos gelangen Sie also zur Microsoft Edition. Und hier finden Sie einen Software-Download-Bereich, wo also immer die neueste Installationsdatei zur Verfügung steht. Sie können sich also hier kurz registrieren und finden dann hier die jeweiligen Dateien, die Sie benötigen für Ihre Installation. Nach Herunterladen der neuen Datei beginnen Sie eigentlich auch wie bei der Installation selbst, dass Sie also das Script starten und Sie werden hier nun also gefragt, nicht nur nach der Installation, sondern eben auch nach dem Update der Dacor Microsoft Edition. Das können Sie hier mit U angeben und es wird dann eben das System komplett erhält, also dann dieses Update an sich. Des Weiteren haben wir also nun für das Update 2.0.1 auch die Richtlinienpakete an sich, also auch, dass hier eine Aktualisierung der Richtlinienpakete direkt über das Portal stattfinden kann. Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus, nachdem Sie also das Update geladen haben aus der Scriptdatei, können Sie also hier direkt unter Systeme schauen und Sie sehen hier auf der rechten Seite unter Active Directory. Hier gibt es also zwei neue Updates im Richtlinienpaket, diese waren nun eher kosmetischer Natur, aber generell für die Zukunft würden hier also dann die Updates stehen und Sie können mit dem Button Update installieren, dann jeweils Ihr Richtlinienpaket updaten. Des Weiteren haben wir für das Update 2.0.1 die Active Directory Einbindung haben wir sehr vereinfacht in der initialen Installation. In den ersten Versionen war es also so, dass ich hier eine genaue Schreibweise auch in LDAP-Schreibweise angeben musste, IP-Adresse und auch den Domain-Namen. Das haben wir nun alles sehr vereinfacht für den User, sodass man also hier über den Hostname und Benutzerkonto und Kennwort eigentlich dies sehr einfach implementieren kann und im Hintergrund läuft im Grunde eine komplette, ein Automatismus ab. Das System sucht also den Host über eine SSL-Verbindung, es wird ein Keystore mit dem SSL-Zertifikat erstellt und dann wird eben der DNS-Name des Servers ausgelesen und es folgt zu einem Aufbau einer verschlüsselten LDAP-Connection und über LDAP werden dann eben Domain-Name, Hostname etc. ausgelesen und bekomme dann eben eine Verbindung. Also dies läuft ab sofort mit dem neuen Release komplett im Hintergrund ab. Da brauchen Sie also nichts zu tun. Die einzigen Informationen, die Sie benötigen, ist eben der Hostname, ein Benutzerkonto mit lesenden Zugriff und eben das Kennwort dazu. Eine weitere Neuerung, auch ein größeres Highlight ist eben, dass wir nun auch die Microsoft Edition auch in einer Docker-Umgebung installieren können. Sie sind also hierdurch nun plattformunabhängig. Ganz kurz zu Docker. Es ist eben also eine Container-Virtualisierung, ermöglicht eben eine sehr einfache und schnelle Bereitstellung der Software. Die Container an sich benötigen also wirklich weniger Ressourcen als eine virtuelle Maschine, da Sie einfach das Betriebssystem an sich einfach im Kontext mit, dies eben mit benutzen können und läuft eben hier auf dem Host-Betriebssystem. Ja, sind also alle Anwendungen und auch alle Ressourcen sind also hier in sogenannten Docker-Containern verankert. Es gibt also drei Komponenten, die also hier mit heruntergeladen werden über den Docker-Desktop. Also Sie haben dort auch dann eine Script-Datei von uns und diese Script-Datei lädt die drei Komponenten herunter. Das ist einmal die Core, also das ist wirklich dann die Hauptkomponente des Systems. Dazu noch eine Historie-Datenbank, das ist die MySQL-Datenbank und die Haupt-Datenbank Neo4j, eine Graph-Datenbank. Diese drei Komponenten werden heruntergeladen und auch dann in dieser Docker-Umgebung installiert. Ja, damit haben wir also nun Plattform-unabhängig. Wir können also einmal auf Linux, können Sie also RPM-basiert über einen Script natürlich auf einem Server direkt installieren oder können das natürlich auch hier auch über einen Docker-Desktop Docker-basiert installieren und des Weiteren natürlich dann auch jetzt neu in einer Windows-Umgebung und dies können Sie dann eben Docker-basiert installieren. Das waren eigentlich die Neuerungen, die wir jetzt nun mit dem 2.0.1 herausgebracht haben. Es gab noch einige wenige kosmetische Änderungen, die wir noch vorgenommen haben, aber ich habe Ihnen jetzt hiermit mal die wichtigsten Highlights mal präsentiert. Wir werden auch in Zukunft alle Neuerungen, die wir also rausbringen für die Microsoft Edition, in einem kurzen Webinar, auch als Video. Dies wird dann auch zur Verfügung gestellt auf unserem YouTube-Kanal. Da können Sie sich dann herunterladen oder auch anschauen und somit haben Sie immer einen Überblick über die Neuerungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Danke Ihnen. Tschüss.